Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt von mir. Hier seht man erst das Gameplay mit Commentary. Sehr schön, das Spiel dazu nennt sich Star Wars Battlefront 2. Und ich habe ja schon einmal auf diesem Kanal hier ein Gameplay hochgeladen von MV3. Das ist so geteilterweise angekommen, also wird es in der Form nicht wieder geben. Also ich werde vielleicht, vielleicht auch nicht, kommt drauf an wie dieses Video ankommt, ein Commentary machen mit Livegequatsche und nicht nur mit Musik drunter gelegt. Beziehungsweise wird auch der Inhalt etwas besser werden. Aber hier für den Anfang wollte ich extra ein Spiel nehmen, das ich halt spielen kann. Denn ich wollte jetzt vom Leben Kill Your Die kein Gameplay irgendwie verhunzen, denn von dem bekomme ich die immer von MV3, das Spiel ich ja selbst bekommen. Und deswegen habe ich mich für eins meiner Lieblingsspiele entschieden. Ja, wir sehen mich gerade hier in einem kleinen Jäger-Raumschiff durch die Gegend, schla Wenzel. Ach, das ist sehr schön. Und da fliegen wir. Ich muss ja sagen, wenn man so ein Gameplay macht, so mit Hinterherkommentieren, da hat man viel mehr Gelegenheit, sich das Ganze nochmal anzugucken. Das ist, wow. Einfach schön. Und man kommt auch so ein bisschen in die ganze Pracht dieses Spiels. Und, oh, ja. Toll, die Explosionseffekte kommen viel besser rüber. Ja, da wurden wir gerade abgeschossen von einem Autogeschütz. Gut. Was kommt jetzt? Ah, genau, genau. Jetzt gehen wir in diesen ACR 170. Ein riesiger Kampfraumgleiter. Und da haben wir auch gleich unser erstes Opfer gefunden. Also, ist schon recht spannend. Aber ich habe ja gehört, bei einem Gameplay kommt es unter anderem darauf an, dass man sich überhaupt nicht, oder sagen wir mal sehr wenig, darauf bezieht, was eigentlich im Hintergrund passiert im Video. Also erzähle ich jetzt mal ganz allgemein was zu meinem Programm. Das passt ja dann auch zum Videotitel. Also, um ein bisschen was zu klären, was so in der letzten Zeit passiert ist. Ähm, und was vielleicht noch passieren wird. Ähm, es ist so, dass der Kanal MedicLP, ähm, so heißt auch dieses Konto, mit dem ich gerade aufnehme, also aufgenommen habe, das seht ihr oben links, äh, der Kanal MedicLP, beim Partnerkanal, der wird stillgelegt demnächst. Und ich hatte eigentlich vor, MP3-Gameplays etc. auch jetzt auf MC Bunge hochzuladen. Das gleiche gilt auch für die Battlefront, ne, für die Battlefield 2, äh, Let's Plays, die in Kürze wieder aufgenommen werden. Oh, also, wieder aufgenommen werden, aufgenommen werden. Doppeldeutiges Wort, deutsche Sprache. Ach, schwer, das glaubst du mal. Ja, da sind wir schon wieder zerschellt. Und, ähm, ja, und ich hoffe einfach, dass ich damit auch, ähm, den Großteil meiner Abonnenten jetzt nicht zu sehr, sagen wir mal, abschrecke. Und vielleicht könnte ich auch ein paar Abonnenten von MedicLP übernehmen, quasi, ähm, auf den neuen Kanal, also auf, was heißt, den neuen Kanal, auf halt MC Bunge. Und, ähm, überhaupt abonnententechnisch ist in der Saison auch irgendwie seltsames Zeug passiert. Also, mein YouTube-Insight sagt mir, ich hab seit, äh, April 30 Abonnenten dazugewonnen, von denen aber in der Zwischenzeit schon wieder 15 deabonniert haben. Und, äh, von denen schon bestehenden haben auch 5 deabonniert. Das heißt, unterm Strich hab ich seit April ungefähr 10 Abonnenten dazugewonnen. Äh, fand ich auch irgendwie seltsam, wie das zustande kommt, keine Ahnung. Also, ich, ich krieg das schon hin. Ich bin gut, ich kann mich vermarkten, ich krieg Abonnenten, aber irgendwie verliere ich die auch immer schnell. Und, naja, da möchte ich natürlich was gegen machen. Und das, dieses Video ist halt ein erster Versuch. Guck mal, ich fliege Kopfüber in einen Hangar rein. Wow. Ja, es war eine kurze Einlage mit dem großen Bomber der Republik. Ja, was mach ich jetzt eigentlich? Ich weiß es gar nicht. Ist immer schwer, hinterher sowas nachzuvollziehen, was man da macht. Ja, schön. Wir haben übrigens auch gleich gewonnen. Ha, ha, das ist so schön, mein Gameplay. Man weiß schon, was passieren wird. Ah, einfach schön. Man kann dazu reden. Also, ich würd's vielleicht öfter machen. Macht nämlich auch sauspaß, hier gerade sie zu gucken. Na gut, ähm, das ist das, was auf meinem Kanal demnächst passieren wird. Und, jawohl, jetzt haben wir schon gewonnen. Sieg! Das ging schnell. Gut, das waren jetzt ein paar Infos, die ihr gekriegt habt. Ansonsten bleibt alles beim Alten. Ich werde meinen Zyklus beigehalten. Äh, hier sieht man, ah, 11 zu 2. Wow. Mein Upload-Zyklus werde ich beibehalten von allem, was ich down, äh, uploade. Und ich werde auch meine aktuellen Projekte alle aufrecht behalten. Und es kommen nur halt MW3 noch dazu und Battlefield 2 kommt auch wieder dazu. Wer will, kann jetzt noch dort draufklicken auf diesen lustigen Goldhamster. Äh, Slendy genannt. Oder dort rechts auf das Symbol mit meinem Logo. Und dann kommt er direkt zu meinem Kanal, wenn er sich da mal umschauen möchte. Und ich bedanke mich fürs Zusehen und sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Euer MC Bongo. Euer MC Bongo.